Hallo! Ich weiß nicht, wie mir das als Kürbis-Liebhaberin entgehen konnte, aber anscheinend ist der Pumpkin Spice Latte momentan in aller Munde. Und nachdem ich ihn dann auch probiert hatte, habe ich mich sofort in den Geschmack verliebt, denn es ist so eine Art Kürbis-Cappuccino mit Herbstgeschmack und es ist einfach total lecker. Und ich bin total begeistert, dass ich euch heute zeigen kann, wie man ihn zu jeder Tag- und Nachtzeit und ohne künstliche Aromastoffe hier zu Hause machen kann und auch bei euch zu Hause. Und wenn ihr das genauso toll findet wie ich, dann bleibt dran und ich werde euch zeigen, wie wir das machen. Wir brauchen dafür 2 Esslöffel Kürbispüree, einen Cup Milch, Kuhmilch, Hafer, Soja, was ihr ebenso bevorzugt und einen halben Cup frischen Kaffee. Ich habe kürzlich Lupinenkaffee entdeckt und kann ihn nur wärmstens weiterempfehlen. 1 Esslöffel Ahornsirup und 1 Viertel Teelöffel Pumpkin Spice. Gut umrühren und dann lassen wir das Ganze im Topf oder Mixer kurz aufkochen, damit sich das Aroma entfalten kann. Die Anleitung für das Kürbispüree findet ihr hier und auf unserer Website seht ihr, welche Gewürze ihr für das Pumpkin Spice braucht. Mit Lupinenkaffee oder Karo stürzt sich sogar Levian drauf. Abgerundet wird er noch mit einem kleinen Häufchen Sahne und dann sind wir auch schon fertig. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Mmmh, fabelhaft! is zum nächsten Mal. frü 말� 올播 April war und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Rush bis zum nächsten Mal.